Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem kurzen Infovideo. Ja, wirklich nur ganz kurz. Es geht nämlich um folgendes. Ich habe hier eine Umfrage erstellt, die ich auch gleich in dieses Video anheften werde, wo ich euch bitte daran teilzunehmen. Ihr seht schon die Fragen. Und zwar stehen bei uns folgende Teams offen zur Wahl, ob die mal gegründet werden. Und ich möchte jetzt einfach mal sehen, wie groß ist denn das Interesse von euch, so ein Team überhaupt mal zu gründen. Und daher möchte ich einfach nur so ein Feedback haben. Jeder, der daran teilnehmt, muss alle Fragen beantworten. Wenn ihr keinen Bock habt, schreibt einfach nein. Mehr ist da gar nicht drin. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Kommen wir zum folgenden Punkt. Ein Civ-6-Team steht im Raum. Ich habe mir tierisch Bock dran, es macht mir richtig Spaß und hätte gern mehr Leute, die ich zusammen zocken kann. Dafür brauchen wir aber Leute. Und deswegen war ein Vorschlag, Civ-6 zu zocken. Wir haben übrigens noch zwei weitere sogar hier. Also es geht theoretisch gesehen auch mit der Masse an Leuten, dass wir genug Leute hätten, um so ein Ding aufzubauen. Nur es müssen dafür ein paar Leute dazukommen. Deswegen keine Meinungsumfrage. Nächste Sache. Battlefield ist auch so ein Ding, was bei uns im Clan sehr beliebt ist, was viele gerne spielen. Und es wurde schon seit längerem verlangt, aber ich sehe momentan keine Person, die die Leitung übernehmen kann. Bevor wir jetzt aber ich das mache oder irgendein anderer, möchten wir einfach mal wissen, was für ein Potenzial ist da? Wie viele Leute hätten denn Bock bei uns mitzumachen? Also schreibt auch das einfach mal da rein. Also ja oder nein. Ansonsten Destiny 2 ist auch noch ein Spiel, was gerade so im Raum stand. Ob da jemand Bock hätte, was zu machen, schreibt doch mal auch das rein, ob ihr das wollt oder nicht. Und ansonsten fällt mir gerade ein, möchte ich noch mal kurz Feedback von euch haben. Könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Das ist freiwillig. Aber der Rest ist halt Pflicht. Damit ich einfach so sehe, wer alles in der Frage teilnimmt, wie hoch die Chance ist, da einen zu finden von jedem Spiel, bla bla. Bei fünf Leuten Interesse, die wirklich da werden, glaube ich, könnte man sagen, dass man überlegt, gut, man kann eventuell so ein Thema aufmachen. Bei noch mehr wäre noch natürlich viel geiler. Na gut, ich hoffe, ich glaube, euch damit nicht viel zu viel Zeit und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.